Vielen Dank. Wohin? Rechts, links. Ein bisschen mehr. Truppes, du bleibst immer schön hinten. Jo. Also, dann mal los. Gehen wir in rechts rum oder links? Entscheiden wir in rechts. So links rum. So, ich geh erst mal hier links gucken. Hey, das ist keiner. Gut, dann gehst du mal hinter. Ich hab die stärkere Waffe. Also, ich würde mal sagen, wir gehen... Links ist sauber. Was weißt du, ich hab dich jetzt nicht verstanden. Rechts. Okay. Geh schon mal hinter. 2 bei jeder Treppe. Ja, korrekt. 2. Okay, seid ihr bereit? Ja. Dann mal weiter. Hier mal die ganzen Räume sichern, aber nicht hoch gehen in den zweiten Stock. Okay. Also, langsam hoch gehen und zuerst mal um die Ecken schauen. Gehen los. Dann hier links ist keiner. Achtung, Kontakt bei der Administration Treppe hoch. Ich schlage mal vor, dass wir hier alle mal zuerst links rum gehen, nein rechts rum gehen von uns aus gesehen. Dann sehen Sie uns nicht. Ich bleibe so lange hier und decke den Gang. Okay. Jetzt hier links. Sicher. Bei irgendwo. Hier links von mir... Das war? Ja. Ja. Links von mir gibt es ein paar... Sauer. Hä? Ja toll, wieso töten die einfach so geißen? Nicht weiter. Ja, das ist denn der Scheiß. Zuerst. Stopp, schon, 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 stopp. Sie... Zurück. Vorsicht. Kontakt. Sie wissen, okay, jetzt wissen Sie, was wir da sind. Achtung. Schön hinten bleiben. Okay, Sie verstecken sich hinten, das heißt, wir könnten jetzt weiter gehen. Da vorne steht er ja. Okay. Das Problem ist, wenn wir nach vorne kommen, schießt er sofort. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, ihn zu überwältigen. Truffersp... Rennen. Okay, Sie sind jetzt im Büro vom Chief drin. Das heißt, wenn wir von zwei Seiten kommen würden, hätten wir es vielleicht einfacher. Das heißt... Hier. Der Tee, kommst du... Hey, Mankor, kommst du mit mir mit? Halt mal die Klappe, Brad. Andere Treppe hoch. Aber nicht weiter nach... Nicht so weit nach oben gehen, dass Sie uns sehen. Mankor und Predator geht nach unten. Unten durch. Und dann oben bei der Treppe halten, so, dass Sie... Ähm... Ja, eben. Dass Sie euch nicht sehen, aber ihr trotzdem in der Nähe seid. Was meinst du, MT, könnten wir es schaffen, hier zur Administration reingehen? Dann gehen wir gleich links. Genau. Links in diese Kämmerchen. Schön immer hinter mir bleiben, Mankor. Naja, komm was bei mir. Okay, und immer so weiter. Ruf ist mein da. Oh, Kontakt. Oh Mann ey, GTA, SA, Exist. Oh fuck. Fuck, Kontakt, Kontakt. Nicht ballern. Versuchen zu verhandeln. Er hat auch mich geballert. Nein, ich kippe. Ich werde euch eingreifen. So, und jetzt haben wir noch einen Geiselnehmer, oder? Ja. Und wo ist er? Befrag mal den DMA. Ja. Um hin, nicht groß. Hm, komisch, wir haben hier zwei Leute. Komisch. Wer ist das hier, das hier ist. Control, weiß, nehm ich mal an. Fool, what is your problem? Ja. Ja. Genau, korrekt. Who you checking, Loke? Vorsichtig sein, jetzt. Der ist unten bei den Zellen. Au. Oh. Sag mal, das spinnst du? Sag mal, das spinnst du? Sag mal, das ist die Top-Taste, ey. Okay, da ist niemand. Wir müssen mal die Rollen aufbauen. Ich spalle einen Top-Biss. Ich denke, er ist drin bei, äh, im Büro. Wo ist er? Ich denke, er ist im Büro. Sicher, der kann auch da hinten sein. Kann auch da drin sein, noch. Ne, okay. Er ist nicht hier unten. Ja, woher? Gemäß Radar, aber schon. Ah, er hat missgenommen. Wir haben ihn. Er hat missgenommen. Ah, er ist eine Sau. Oh Mann, wie viele Fänner gab es dies noch? You hit me up, Mann? Oh Mann, wie sieht er aus. Er hat mit. Er hat uns, bla-ój-jah-jah. Woher? Yes. Vielen Dank.